Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zum Türchen Nummer 22 von das Warnches Adventskalender. Heute sind wir sozusagen im Countdown. Das ist das, ja, eins der letzten drei Päckchen. Ich bin ganz, ganz traurig. Es wird immer näher an Heiligabend. Ich freue mich wahnsinnig dieses Jahr auf Heiligabend, aber ja, schade. Es ist einfach bald zu Ende und wir bräuchten den Kalender für 365 Tage, liebes Warnche. Das wäre natürlich mega cool. Ja, vielleicht hat jemand Lust, den zu basteln für uns und wir befüllen ihn. Spaß beiseite. Heute ist 22 dran und wir machen ihn jetzt einfach mal auf. Ich bin eh viel zu neugierig, um es nicht aufzumachen. Was ist das? So. Mach reale Gewalt. So geil. So, heute sind es wieder zwei Päckchen. Ich bin wieder sehr gespannt, was sich darin befindet. Ich weiß gar nicht, was machen wir denn heute zuerst auf. Machen wir heute wieder Olaf zuerst auf. Das Päckchen schauen wir uns gleich genauer an. Und ja, ich bin gespannt, was sich im Olaf befindet. Was sich im Olaf befindet. Meine Wortspielandeutungen sind manchmal echt schlimm und ich mache das unbewusst, Leute. Das fällt mir dann erst immer hinterher auf und ja, das ist immer total, ja. Aber ich glaube, das macht eigentlich jeder Mensch so, ne? Naja. Ich bin gespannt. Oh, Schleifen. Ich sehe ganz viel Schleifen. Es gibt hier so tolle Mini-Schleifen. So ganz viele tolle neue Mini-Schleifen beim Action. Und die sind echt toll. Und da, oh Gott, oh Gott, es war nicht, dass wir schon wieder so viele geschickt. Hier in allen Farben. Oha. Oh Gott, sind die toll. Wir fangen von vorne an. Wir haben hier einmal einen Vanilleton. Da sind immerhin zwölf Stück drauf. Oder genau zwölf Stück. Oh, sind die toll. Ich finde die ja so niedlich. Ich habe die auch gesehen, habe sie aber nicht mitgenommen. Aber ich finde die süß. Die sind richtig süß. Da haben wir hier so einen goldenen Silberton. Oh, sind die niedlich. Die hatten ja früher mal so große gehabt, aber die sind richtig niedlich. Da kann man ja auch irgendwie, weil da was draufkleben. Dann haben wir hier einmal schwarze. Dann einmal rote. Oh, die sind richtig toll. Und dann hier einmal weiße. Oh, sind die schick. Da habe ich jetzt mega viel Schleifen. Zwölf, vierundzwanzig, sechsunddreißig, achtundvierzig, sechzig Schleifen. Wahnsinn. Wahnsinn. Hammer. Wirklich der absolute Hammer. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich drüber. Das ist echt. Die kann man auch super als Weihnachtsdeko schon dann aufhängen. Was heißt Weihnachtsdeko aufhängen? Wir haben ja dieses Jahr nicht so viel Deko, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Hammer. Wirklich Hammer. Vielen, vielen Dank. Und hier haben wir noch ein ganz tolles, selbstgemachtes Schächtelchen mit so einem Glitzerstein hier drauf. Das ist so niedlich. Schutte ich das mal bitte wieder an. Da hat sich jemand wieder ganz viel Mühe gegeben. Und ja, hier natürlich mit der bekannten Schleife, dem Carbouchon, der bekannten Schneeflock und dem parkanten Glöckchen sowie einmal Fimo. Ja, total toll. Ja, total toll. Vielen, vielen Dank da schon mal für. Ich liebe deine Schachte. Und da haben wir auch noch ein Geschenk drinnen. Das Papier ist auch wieder sehr, sehr hübsch. Das hatte ich auch mal. Aber da habe ich die Seite verarbeitet. Es strahlt hinten so richtig raus. Es ist irgendwie nicht richtig weihnachtlich, aber es ist weihnachtlich. Wisst ihr, was ich meine? Das hat sie ganz, ganz toll kombiniert. Weil ich habe das sehr, sehr weihnachtlich gehalten. Und dann schauen wir mal da rein. Was ist das denn? Oh, da haben wir wieder so Retro-Süßigkeiten. Wie cool. Sie hat mir ja ganz, ganz viel mit der Zeit jetzt schon so Retro-Süßkram geschickt. Und ja, das ist ja auch wieder mal mega. Skull for Pop Ring. Skull Pop Ring. Den ziehe ich alles gerade auf Arbeit an. Ja, herrlich. Werde ich auch probieren. Du hast mir so geile Retro-Süßigkeiten geschickt. Dankeschön. Da freue ich mich natürlich auch. Aber der Oberburner sind natürlich die Schleifen. Vielen, vielen lieben Dank, Svanche. Und ja, dann sind wir auch schon dem Ende des 22. Päckchens zugekommen. Morgen ist der 23. Und dann der 24. Dann ist der Heilige Abend. Und ja, morgen sehen wir uns dann zu Päckchen Nummer 23. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen 22. Dezember. Und bis dahin, ihr Lieben. Tschüüüüü.